Wir spielen Mario Kart. Da gibt's doch Mario Kart. So Kimi, multidazin. Hallo, ich kann mir halt nicht mal melden, welches Spiel gefallen hat. So viel von mir. Mario Kart, definitiv. Da fährst du jetzt genau. Brumm, brumm. Als wäre es sogar getroffen worden, auf eine Barrage ausgerutscht, schön gedreht. Okay. Warte, wo muss ich hin? Jetzt musst du sliden. Nach unten, wenn du zum Stern willst. Nach unten? Ja, wir müssen dann einfach außen rumgehen. Wenn du nach oben gehst, kommst du da leider nicht lang. Ja, genau. Also, die Behinderte verarschen, ne? Nein, da oben links war auch. Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Da jetzt nach links. Zack, guck mal, da ist ein Stern, neben dem Todballon, vor dem du so angst. Ja, der ist echt so weit. Ja, dann nimm den anderen Weg, dann kommst du da nicht lang. Warte, ich muss unten lang. Oh Gott, es ist spät. Ich bin nicht mehr die jüngste Leute. Du hast keinen Mittagsschlaf gehabt. Nee, das ist nicht mehr. Deswegen bist du auch so krass. Aber, ja, aber ich mach nie. Ich wär's viel schlimmer, wenn ich einen Mittagsschlaf mache. Nee, ich bin total entspannt. Ich hab vorhin zwei Stunden gepennt. Ich kann das nicht. Das war super. Oh, zweimal Yoshi, das ist eine gute. Try again. Oh, so ein Kack. Ja, Yoshi, die hat das Ei ausgemkackt, ey. Dafür finden die grünen Flecken. Krieg ich halt nochmal hier einen Maxi-Pilz. Give it to me. Ich muss mindestens eine 4 mit Mini-Pilz würfeln, wenn ich da durch will. Das ist aber richtig eingestellt zum Stern. Dafür müsste ich mindestens eine 500-Malke benutzen. Wer? Yes. Er immer noch. Dritte Lotterie? Ich glaube, jemand hat ein Spiel, so. Äh. Glücksspiel kann süchtig machen. Nein. Glücksspiel. Das sind die 100. Oh. Warte, was? Das ist eine Münze. Ja, da stand ein. Ihr kriegt jetzt einen, hä? Das war doch gleich 100, oder nicht? Das dachte ich auch. Doch, doch, nein. Das ist der Hauptpreis. Nein. Ich hab doch gesagt. Nein. Er gewinnt aus Versehen den Stern, in dem er auf das verdeckte Feld kam. Er hatte Schmiede. Er liebt. Er schummelt. Er schummelt. Ich wusste es. Es ist auf sich eingestellt. Oh, wisst ihr warum? Weil der Affe nicht dabei ist. Tag Affe. Wir brauchen den Affen. Was ist der? Aber ich frag kann man nicht vergessen. Es ist egal. Der Affe gewinnt sonst immer. Jetzt ist also Huf wieder. Nee, nee, nee. Ich will aber, Adria würde den Stern jetzt hier kriegen. Ich glaube nicht, dass ich ihn vorhin noch kriege. Ja, aber Bonus, Stern, Sterne, Münzen. Ich bin nicht sicher, ob ich da ankomme. Ist das ja schon safe. Ist das hier gleich ein paar Felder? Was reicht? Da machst du ein Feld, was was kann? Alle passierenden? Spielern, Versetzern. Die bin ich halt elektrisiert. Sicher ist sicher. Ich glaube, Dinos sind resistent gegen Spuh. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Das war die exakte Punktlandung. Ja, das ist gratuliert. Gib mir den Stern an. Mein Stern. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Was sind denn das für Flaggen im Hintergrund? Äh, ja. Bin ich jetzt die Einzige ohne Stimme? Nee, ich bin aber ohne Stimme. Sagst du bitte? Ich wollte das noch einsacken lassen. Oh, sorry. Wo hab ich den denn her? Ich war so schön geil, verfolgt das nicht. Ich will nur, dass es endet. Geld, Geld, Geld. Aua. Du hast mich belohnt. Du hast mich nicht vertraut. Ja, warum wohl? Weil du mich auch nix. Das war danach. Was ist mit die Frauen heute los? Sie hatte keinen Mittagsschlaf. Sie ist ein bisschen klängelig. Teamschüler verstecken sich in den vier Kanonen. Der Einzelspieler muss sie wieder herausfeuern. Wer ist ein Einzelspieler? Äh, für sich. Für sich alle Tasten. Wir alle Tasten. Der letzte Knopf, den ein Spieler drückt, entscheidet in welcher Kanone er sich versteckt. Warte bis zur letzten Sekunde. Ähm. Ach, das ist Glücksspiel. Wunderbar. Ja. Ach, das ist die Karte. Okay. Ich guck nicht auf einen Kontroller, falls du das... Ich will mich selbst überraschen lassen, nämlich keine Ahnung, wo ich drinstecke. Bei dem, ähm... Drückt was, Kinder? Oh, ich bin schon weg. Äh. Hallo, ich hab gedrückt! Ja, wann denn? Ja, gerade! Und bevor die... Bevor die... Bevor die Zäune abnimmt. Ja, aber es waren noch zwei Sekunden. Ich weiß nicht, ob ich da drin bin. Ich weiß auch nicht, wo ich drin bin. Oh ja, ihr wart so viel besser. Ihr wart beide in einem? Voll gut. Ihr wart ja so viel besser als ich. Ich hab Selbstmord begangen, okay? Danke. Verweigert, ey. Wenn du nicht mehr spielst, kannst du dich verlieren. Ja, du hast es klappt. Deswegen, ich hab weh getrunken. Ich wär nicht mal abgeschossen worden. Nur noch fünf Runden, Kinder. Das bedeutet, das super lustige Höchstunterhaltssame letzte Fünf-Runden-Event beginnt. Super lustig! Zuerst schnappt euch eure Lose für die Super-Mario-Party-Lot-Rizio. Also eure Lose bereit. Hab ich schon eins? Äh, nur Adrien hat keins. Die Ziehung beginnt. Zuerst das linke Bild. Ja? Yuchi? Ist Yuchi, ja. Ne, das warst du, war Ricci. Oh. Okay. Oh, ist noch ein weitergesprungen? Ja, okay. Dann muss jetzt der Pfirsich kommen fürs mittlere. Ne, eher noch der Pfirsich. Oh, krass. Wow, heute haben wir keinen Gewinner. Das heißt, heute gibt es auch keine Preise. Wow, das war scheiße. So, und endlich die Super-Mario-Party-Lot-Rizio. Spielt keine Glücksspiele-Kinder. So, dann sehen wir uns doch mal eure Ringe an. Uh. 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 Ja, danke, dass du für mich, danke, dass du für mich jubelst. Ja, du wurden ausgebucht von da drüben. Hey, du weißt genau, dass ich dich gemeint habe. Ich wollte mal sagen, dass das hier verzögert ist. Schneiden wir doch mal um. Wie lange die Reihen noch. Tonprobleme. Ich bin langsamer als andere. Oh, das Event. Daisy darf heute am Rad drehen. Daisy dreht am Rad. Oh ja, danke sehr. Hau mir auf den Schädel dabei. Okay. Rote Felder werden Mirakel-Felder. Es ist entschieden. Was ist ein Mirakel-Felder? Ich weiß. Ist das wie Chance Time? Ich glaube ja. Alle roten Felder werden jetzt Mirakel-Feldern. Großartig. Wird das jetzt Mirakel-Felder? Ja, ich wollte gerade sagen, kriegen wir jetzt danach Mayonnaise? Okay. Halte durch, Freunde. Ja, ich danke Toad. Ich krieg's gerade noch so hin. Der weiß ganz genau, welchen Druck ist. Ach, ist er. Weißt du das? Der weiß das. Oh, ich hab... Ach ja, stimmt. In den letzten 5 Runden ist er geschlossen? Nein, ich hab keinen Platz mehr. Ich hab keinen Platz mehr. Vielleicht sollte ich den mal benutzen. Du solltest übrigens auch einen Minipilz benutzen, sonst kommst du... Ach nee, der Stern ist jetzt... Wo sitzt der Stern? Hinter dir doch bloß Minipilz benutzen. Ja, stimmt. Ich glaub ja. Ich glaub ja. Ich meine ja. Du konntest auch gucken, wo das Karussel lang geht. Karussel heißt das. Ich hatte... Ich hatte Karussel? Ja, und wenn du... Drück einfach Rrrr. Ich wollte jetzt Z drücken. Karussel geht hier lang. Ist schonmal falsch. Ich muss Minipilz. Minipilz. Mini, 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 Mini. It's so mini. Oh. In the Mini World? Ja. In the Micro World. Oh, damit kommst du sogar, glaub ich, bis zum... Helikopterflutplatz? Ja. Mhm. Willkommen beim Moon-Raketenspiel. Drücke den Stick, um mit einer Rakete Münzen zu sammeln. Alright. Geile Scheiße. Was magst du ein bisschen? Ja. Oh. 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 Ach, ich weiß... Ja, ich versteh das Prinzip. Voll verkackt. Na gut, gib mir mal ein Zehn. Ist nicht das Schlechteste. Yay! Yay! Also hab ich jetzt 50% Sale auf den Stern. Hm? Ja, ich komm gern wieder. Auf die Mund so viel zu streichen, der stresst ihn. Erstens ist sie ein Mädchen. Und zweitens... Versuch ich sie zu holen. Du versuchst... Achso. Sie findet das ganz schön, dass ich auch verdämmen bin. Geil! Den Stern krieg ich umsonst. Ach was? Das glaub ich nicht mehr. 33 Minuten in einem Zug. Als Op-Nurus. Digga, aber meinst... Immer. Gibt's noch ne Hundepfeife? Was haben wir denn da? Kauschkarte? Kauschkarte. 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 Ich hab ja ein bisschen Patte über. Hm. Ich hab nicht genug Geld für Buben. Aber hast du nicht so'n Schlepp weg? Schlepp, Depp, Depp weg? Aber das war hier nicht... Aber ich darf nicht davon viel Geld machen, sondern das war, glaube ich, ein fester Wert. Und dann würde ich, glaube ich, lieber vorbeilaufen. Willst du nicht Geld kriegen von mir an? Wie gesagt, ich finde, das war in diesem Moment nicht prozentual. Das heißt, ich glaube, ich kriege nur 20 Münzen oder sowas. Naja, ich musste dich halt irgendwie ein bisschen einflussen, aber das würde nichts bringen. Blick tief rein. Was stimm ich mir da rollen? Happy Birthday! Richtig? Achso, alles gut. Oh, du beklaust mich direkt. Er hat das Geschenk an dich. Gott, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe mich zu tun, erschrocken. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Entschuldigung. Guck mal, es sind noch nur 22 Münzen gekommen. Skandal, das ist das allerletzte, Adrian. Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag! Dankeschön! Gott für dich! Für dich! Geschenke auspacken! Jetzt? Nein! Machen wir nach der Runde. Ich habe gar nichts dabei. Ich kriege direkt zum Geburtstag Freischwimmer. Hast du das Seepärdchen schon? Das habe ich damals gar nicht gemacht. Ich habe direkt Freischwimmer gemacht, tatsächlich. Ich habe gar nichts gemacht. Ich auch nicht. Ich bin beim Seepärdchen geblieben. Und solange man schwimmen kann, reicht das, ne? Ich habe keinen Seepärdchen. Oh, du kannst schwimmen. Ja, ich gehe nicht unter. Sie kann treiben. Sorry. Ja, ich habe keinen Schwimmer. Oh, ja. Brust, Rücken und Kraul. Was ist mit dir? Ich? Okay, ist es. Danke. Lege in jeder Disziplin 25 Meter zurück, um zu gewinnen. Ach nö, das ist doch hier wieder dieses Ausrasten. A und B gleichzeitig für Brust, L und R abwechselnd für Rücken und B, A abwechselnd für Kraul. Stopp, stopp, stopp. In der ersten Variante musst du die gleichzeitig drücken. Gleich. In der zweiten Variante musst du die abwechselnd nageln. Ab. In der dritten Variante musst du dann die ersten beiden, aber nicht mehr gleichzeitig, sondern abwechselnd nageln. Okay. Strengst du dich zu sehr an, wirst du müde. Behalte also ständig deine Energieanzeige im Auge. Okay. Also ihr schwimmt im Kleid, da habt ihr doch schon mal was. Ja, ich glaube aber auch Dinos waren, ich habe keinen... Ja, schließend Vorteil, der ist nackig. Ja, aber ich habe keinen Schwimmdino, weißt du, wie ich meine? Warst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Wo ist man denn hier an Zeugattagung? Was? Ich hoffe, dass B und A sind gleichzeitig, warum passiert hier nichts? Oh, ich frage gleichzeitig. Ja, aber ich bin voraus. Oh, sehr gut, der ist nicht draufholt. Und, und, und. Oh, jep. Ah, das war doch blöd mit dieser Energieanzeige. Hätten wir die einfach raufballern können? Ja. Ist ja geiler gewesen. Einfacher gewesen. Ja. Ist das eine aber verrenkt wegen der Energie? Nee. Ich habe es nicht. Schade. Sie hat halt keinen Freistimmer gehabt, die Bootspiech. Das war das Problem. So, Daisy. Ja, okay. Achso, oder wollt ihr jetzt kurz Pause machen? Nein. Ja? Das wirkte so. Nee, ich wollte nur gucken, wie man geschrieben hat. Achso. Okay. Eine Sprachnachricht von Lale. Oh. Lale. Ich frage. Der Erste, der an dich denkt. Nee, wir. Nee, per Handy. Nein, wir. Per Handy. Nein, wir. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sag, wonach ich suche. Ich glaube, ich suche nach dem Stern. Du, jetzt. Warum macht ihr immer Z? Drück doch einfach Rrrr. Rrrr. Ja, also. Drück mal B. B, 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 B. Nee, die Birne. B. B drücken. Ich weiß es. Jetzt Rrrr. Obwohl der Stern ist. Ist egal, weil als nächstes wird die Yoshi kriegen und danach wird sie direkt Profi kriegen. Der Stern ist da oben und Yoshi steht zwei Felder davor. Okay. Gut, wisst ihr was? Ich benutze jetzt einfach mal eins meiner Items. Mach das doch. So. Ich benutze jetzt den da. Und... Oh, Hufi, du hast eine Wunderland, ne? Mhm. Was bewirkt die? Die teleportiert mich zum Stern. Du Arsch. Ach, ist eine Pony dran? Nein. Ach so. Ich dachte, ja. Nein. Aber er kann sich in der letzten Runde den letzten Stern aufholen. Das ist der Plan. Und es tut mir leid, Pony, aber diejenigen stehen, die du dir hier jetzt kaufst, glaube ich, dir. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin zurück. Okay. Da habe ich keine Schmerzen mit. Oh, du, 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 dreimal sind. Was ist aber so viel Kohle? Oh, so war spannend. Wo geht's hin? Weiß ich. Das ist eine Rakenküste, ne? Ins Sternland. Reversal of Fortune. Willkommen zur Umkehr des Schicksals. Ach, Mensch. Welches meintes Erfolg auch mal als ein Austausch von Stern und Münzen? So wird das Schicksal umgekehrt. Nun, unser Schlusslicht braucht ein Wunder. Oh ja, das braucht echt. Seid ihr alle bereit? Dann lassen Sie anfangen. Ich kann ja nur gewinnen. Hey, Hufi. Deine Sterne sehen gut aus. Der gibt wegen was. Nein. Hau rein. Flippe. Okay. Es geht ja auch um Sterne. Nur erst mal ist der Spender jetzt dran. Hau mal Hufi raus. Ja, das war mein Plan. Das weißen von euch. Hufi kann was schon wenden. Der hat genügend Münzen und genügend Sterne. Okay. Na dann. Ja. Ja. So ist gut. Das ist gut. Wieso war gar kein Ja von dir da vor 8 Jahren? Was ist los? Ich weiß nicht, was passiert. Erste Teil. Oh yeah. Okay. Gleiche Kaffee. Oh, die Mini-Bows ist laufend da drauf. Nein, nein, komm zurück. Komm zu mir. Nein. Scheiße. Alright. Okay. Komm, ich hab's nötig. So, und was gibt's jetzt? Münzen? Ja, jetzt suchen wir aus, was du abrücken musst. Okay. Lassen wir uns mal gucken. Sterne und. Sterntausch. Nimmst du mal Sterntausch? Sterne abgeben. Nochmal Sterntausch und zwei Sterne abrücken. Mach mal ganz sachte. Ach, ganz sachte. Und oben, wenn du oben drin landest, war es 20. Nee, das war nicht sachte. Ja, 20 Münzen ganz sachte. Oh, verdammt. Das war nicht, was ich wollte. Sachte geht übrigens gar nicht. Sachte geht. Das sagst du. Stehst du im Himmel? Ich steh im Dunen neben dem Bord, sachte. Das freut mich für dich, aber es geht hier nicht um den Dunen, junge Darm. Bitteschön. Danke. Ha, ich meinte auch mal eine Idee. Okay, auf Wiedersehen. Das sind meine Freunde übrigens. Und diese Kängel, die sind alle blühten. Ja, war der noch ganz nett gewunken. Halt die alle Mut auf, ja? Ja. Fast alle auf jeden Fall. Yoshi. 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 Möchtest du? Ja. Hat ja 20 Sterne bekommen. Ist umsonst. Münzen hat sie bekommen, 20 Münzen. Ja, das habe ich gesagt. Nein kostenlos. Nein kostenlos. Ja. Ähm, 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 ähm. Der. Oh, das ist zum Glück nicht sehr weit. Ja, zum Ausgang. Hey, ist das nicht da, wo ihr meine Weile echt lange Hunger haben habt? Ja. Wir kennen die Ecke doch gut. Wir haben da einen Freund. Ha. Oh, 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 oh. Das ist doch scheiße. Oh, ah, ah. Boah, die zwei Leute haben Däpf weg. Äh, mega. Das ist echt kacke. Kannst uns nicht beklauen. Mir gibt's nix zu holen. Einmal auf deine Position bitte. Das wär... Ah! Knapp vorbei. Wo bist du? Äh... Gute Frage. Darf ich sagen? Oh, am Bobo vorbei. Äh! Doof! Doof! Naja. Weil der Bufi rein und sie ohne Depp weg ist. Mit meinem Depp weg kann mir aber nix passieren. Der Depp weg 3000. Nein! Depp weg 0818 glaub ich. Stopp da! Ja, aber man muss das ja noch ein bisschen besser verkaufen. So 0818, das ist halt so... August 2018 ist ja auch schon vier Jahre her. Oder 18. August. Da muss man sagen, Depp weg 3000 hier. Kimi will aber jetzt schnell den Stern, bevor ich vom Geist ankommen bitte. Nein. Der Kran hat Schuld, der Kran hat Schuld. Ja, und ich fisch euch da jetzt alle raus. Du darfst das? Alles klar. Äh, Entschuldigung. Äh, nein. Ich habe da etwas... Moment, warte, ich weiß gar nicht, was ich tue. Wir laufen nur und du machst nur A. Ach, was? A gedrückt halten für rausfahren, loslassen für krein. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der geht nicht so weit raus. Okay, und ich muss nur weglaufen? Wir machen uns halt nur bewegen. A drücken. Ich muss nur A drücken. Ja, was anderes machst du nicht. Ach, ich muss länger A drücken, wenn ich... Ja, das ist ein bisschen schwierig. Äh, Leute, ich würde... Nicht alle aufm Haufen, Kinder. Was macht ihr denn da? Kriegst du auf jeden Fall einen. Ja. Siehste, hat sie gekriegt. Ja, ein Shy Guy hier. Ach, Leute. Ich möchte nicht, sorry. Ich wollte mich in meine Kralle. Ist ganz, ganz gemütlich hier. Ob du es glaubst oder nicht, das möchte ich nicht. Boah, Junge, geht mir das auf den Sack. Könntest du das lassen? Boah, ich schwär mich hier nicht ein. Du machst mir Angst. Gas, Gas, Gas! Da will ich es nicht ein. Wenigstens nehme ich diese schwarze Kugel mit. Irgendwie hat es das... Nee, du! Nein! Oh, das bringt ja nichts mehr. Hi. Yeah, wir haben gewonnen. Fett, geile Scheiße. War das jetzt die viertletzte oder die fünftletzte Runde? Das war jetzt drei Runde. Drei Runde, ja, okay. Oh, das bedeutet구분 war das Sand ist uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Drei Runde,issionen.